Was geht Freunde der Ausmeldung und recht herzlich willkommen. Heute reagieren wir gemeinsam auf das Video Sandra und Lexa gemeinsam in Jurassic Park, das Finale. Rüber zum Desktop und let's rock! Der Strom ist ausgefallen. Scheiße, haben wir noch WLAN? Der Strom ist ausgefallen, haben wir noch WLAN? Oh nein. Im Jurassic Park. Hör mal, fände ich hier nichts aus der Paras unterwegs. McDonalds hat geöffnet. Alter. Wenn Jurassic Park die so gut hinbekommen hätte, die Dinos, Alter, das wäre so Highlight, das wäre so geil. Das sieht aus wie so ein Stück fehlgebildetes Kondom. Geil. Alles gut, vielleicht ist nur der Strom vom Auto ausgefallen. Die Zäune müssen noch funktionieren. Alter, ist das so in Ernst? Ich will sofort den Babo von diesem Laden sprechen. Ich bin der Babo von diesem Laden. Nee, du bist der Huhnsohn von diesem Laden. Was machen wir jetzt? Nicht bewegen. Er kann es nur sehen, wenn wir uns bewegen. Moin. Sandra, keine Bewegung. Keine Bewegung. Kurzer Zwischenstand. Ich habe mir in die Hose gekackt. Weiter. Ich muss mal sein. Nein. Pipi. Ja, natürlich. Er hat uns allein gelassen. Allein gelassen. Boah. Boah. Was? Kindersicherung. Los, Sandra. Der Hund ist hier weg. Komm. Ich habe deinen Stich. Arme hoch. Oh nein. Er hat gelernt, wie man Fahrrad fährt. Los, Sandra. Er ist intelligenter als dich. Hint jetzt auf. Oh, die Fahrrad, Alter. Puh. Puh. Das war krass. Shish. Alter, der Park ist unorganisierter als die Video Days. Wir müssen hier raus aus dem Park. Die Dinos können sich überall frei bewegen. Ich habe... Ach, du Scheiße. Oh. Sandra, denkst du, was ich denke? Facts? Jetzt? Sandra! Die Dinosaurier vermehren sich. Sag ich ja. Facts. Als wir durch die Beine gefahren sind, habe ich ein verlassenes Gebäude gesehen. Vielleicht gibt es ein neues Funkgerät. Wieso rufen wir nicht einfach mit unseren Handys um Hilfe? Das wäre zu einfach. Los, komm. Ich tat's ja. Kau... Kau... Kaut... Kaution! T... T... Hü... T... Hü... Scheiße, ich kann kein Englisch. Auktion, da ist eine Versteigerung. Da dürfen wir nicht rein. Aber wir müssen da rein. Oder wird's vom Dino nahe genommen werden? Ich geh da nicht rein. Ich bleib genau hier und warte auf Hilfe. Ich bleib hier. Schieß! Was sind wir uns dann später? Ich weiß nicht, ob der Dino da nicht reinkommen wird. Geil. Schau, ist der weh. Meine Fresse. Ja, Mann. Enine. Das ist keine Auktion. Das ist ein Dinosauriergehege. Gut, dass die Dinos schon Häuser hatten. Moin! Äh, kann ich nur kurz telefonieren? Habt ihr im Fernseher? Love Island läuft! Was mach ich denn jetzt? Love Island läuft doch gleich! Nein, 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 nein! Ganz ruhig. Du kennst mich. Wir haben das trainiert. Safe von der Neue Follower? Ah, ihr habt schon gemerkt, dass es ein Dino-Gehege ist. Sehr gut. Sandra, Alexa, ich möchte, dass ihr Folgendes tut. Was denn? Guckt mal in die Kamera. Guckt mal in die Kamera. Willkommen bei der Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß? Das ist nicht normal. Guckt mal her. Da steckt ein Mensch drin. Oh Mann. Alexa, wir haben dich ordentlich verarscht. Sandra war auch mit eingeweiht. Hä, echt? Doch, warst du doch. Wir haben dich doch angerufen. Ach ja, hab ich ja ganz vergessen. Ich dachte, das wäre echt hier. Ach Mann, ich dachte, das sind echt Dinos. Ja, genau. Die Sendung im Ersten. Ist doch so eine Frage, ne? Verstehen Sie Spaß? Ja, genau. Ich verstehe keinen Spaß. Alexa, das war doch nur... Jetzt geht's auf die Fretze. Das war geil. Das Video war wirklich nice Es hat echt, es hat ein Like verdient Wenn ihr was habt, wo ich drauf reagieren soll, unten in die Kommentare Damit rein, wenn es euch gefallen hat, liken, wenn ihr nicht getan Abonnieren, in diesem Sinne verabschieden mich und bin damit raus